Hallo liebe Zockerfreunde, hier ist der Messeo Zocker und der? Der Wock Gamer! Und wir sind hier in einem VR-Projekt und zocken hier gegen unseren ersten Gegner abgezockt. Und ja, wollen wir mal gucken, wie unser erstes Spiel wird. Wir haben schon zwei kleine Spiele mal gemacht. Eins gewonnen, eins verloren und los geht's. Ich bin hier in Blue und Herr Wocky ist in Rot. Was hast du jetzt? Einstellungen. Guck, du verlierst den ersten Ball. So, ich spiele ZOM und mein Kollege spielt STST. Jetzt reiht! So, mal gucken, wie das Projekt hier so ankommt. Ah, die sind halt viel mehr als wir, das sehe ich ja schon jetzt. Ja, ne? Ja. Wir haben die eine wichtige Frage noch vergessen. Ja, das ist für mich nicht wichtig. Die spielen ja nicht jede Position. Und ja, das ist halt, wir müssen mal gucken, dass wir noch mehr Leute rankriegen. Ja. Gute Leute natürlich, ne? Ja. So. Mal zurück. Cool. Wir müssen ja jetzt auch mühlerweise hier richtig von vorne anfangen. Denn ihre Pros sind halt schon ein bisschen was. Spiel durch, Spiel durch! Schade. Alter. Schade, schade. Ja. Ja. Na, ich stoppe uns. Vielleicht ja noch kein Durchsetzungsvermögen, aber das kommt noch was. Wenn wir erstmal anfangen hier. Hä? Stand doch jetzt bitte. Ja. Ups, das sollen jetzt auch die Dichse kommen. Ja, das sind Annäherungsversuche. Okay. Na ja, wir müssen ja erstmal wieder reinkommen mit dem Diapu. Das ist schon eine ganze Zeit leer. Man darf hier halt auch nicht vergessen, spielt sich schon ein bisschen anders. Das stimmt, ja. Okay. Okay, so kann man es natürlich auch lösen. So schnell. Ach, schade. Gut gedacht. Schlecht umgesetzt. Das ist der Treib. Um Shooter zu schieben. Um Shooter zu schieben. Hat der Shooter angeschrieben? Ja, kann ich nicht lesen, weil der mich so direkt angeschrieben hat. Nicht in den Channeln. Weil wenn ich jetzt da aufs andere Fenster rauskriegen würde, würde. Ach so. Um den Bot mit. Ja. Oder mich. Passt auch. Kommen wir jetzt in die Mitte. Ja, auch sehr gut. Es ist doch komisch, das müssen wir irgendwie noch rausfinden, wie wir hier bestimmen können, wer die Ecke machen darf. Genau. Es kann nicht sein, dass du als Käpt'n nicht bestimmen kannst, wer hier die Ecke machen darf. Kann ich leider nicht. Ja, das ist irgendwie sehr eigenartig. Warte. Ja. Ja. Die denken sich einfach, das kann ich. Ich kenne das. Ich bin so stark. Ich kenne das. Ich bin besser als meine KI-Leute. Ja. Ja. Schön gespielt. Ja. Okay, warte. Jetzt. Ja. Wie viele Leute sind die denn? Fünf? Kann das sein? Ja. Das könnte gut möglich sein. Fünf kommt schon irgendwie hin. Natürlich wie die Ecke. Der Nase. Der Nase. Der Nase. Der Nase. Der Nase. Ja. Hast du es versucht? Nein. Was er nichtавливiert. Ja. Proposiertes Foul. Von Herr Rocky. Ey, guck mal. Der Bot macht das Nase. So wieās. HیاOOŏjj! Ich bin hier schon viel länger. Tito Wood ich bin schon länger margen. Go, go! ,atz! Nein! Nein! Dahinter, Alde! Wie geil! Oh, die hat uns weggedrückt, Alde, ja man. Die wollten uns schon freuen, ey. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall sehr geile Ausgangssituation. Das... Wir freuen uns einfach schon vorher. Ja, ja. Es sah aber wirklich aus, dass da drin war, ja. Wie den Rauchen am Bein. Beine, Beine. Oh. Oben den Bock mit. Wo? Nee, nee, nix da. Sehr ganz optimistisch. Ja, wie der Foul mit mir. Wir können uns auch so nach vorne schleifen. Dann kommt... Wieder so'n schöner Kopfball wie gerade und dann easy, Tor. Handspiel, Schiri. Jetzt Konter, Abo. Mach die Mitte zu, Bott! Komm schon! Jawoll! Unten. Hier. Durch! Ach, schade. Sie waren mir im Rückensaum. Dafür, dass er zu zweit spielt, ist das gar nicht so schlecht, was wir hier machen. Es war ja damals schon so gewesen, dass man, wenn man sogar ein bisschen weniger war, besser mit dem Spiel holt. Ah, der ist gut. Abseits. 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 Ja. Abseits. Oder doch. Er meint mich, der kommt zu mir. Ja. Immer ich. Arter Bingel. Ah, der Knusperkehren eigentlich. Durch! Was ist denn jetzt? Was ist denn mit dir los? Das ist für uns. Gelb? Fällt mir jetzt gelb. Für ihn. Zerraki. Zerraki. Ne. X-Don Dobi. X-Don Dobi. Du nix hier machen, hier mit gelbe Karte. Boah, er hat mich getroffen. Er hat mich volle Kanne. Ach, war das geil. Ach, war das geil. Ach, war das geil. Bobfehler. Bobfehler. Ja. Ja, guck. Klasse. Klasse gemacht. Und kurz hier ein bisschen Sounds. Mach das mal auf lautlos. Das geht so gar nicht, du. Einmal nur mit Provis arbeiten, Alter. Einmal nur mit Provis. Was ist denn hier? Kann ich schnell am Start bekommen. Komm raus, damit jetzt Niko, ja wohl. Ja, die Bots sind gut in der Moment, also. Wir machen gar nicht schlecht. Also, hat sich auf jeden Fall zum 14 schon verbessert. Und dafür, dass wir wirklich zu zweit gegen knapp fünf Mann, glaube ich, spielen, machen wir da schon recht nicht. Genau. So. Wie sieht es aus? Das sollen wir ja noch mal ein bisschen zeigen. So ein bisschen Spielinfo. Ja, passgenauigkeit ist eigentlich ganz gut gleich. Und spielereignisse. Oh, bei denen hat sich schon einer verletzt. Oh, Connor. Hat sich bei denen verletzt. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu sagen? Nö. Dann go. Dann go, 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 ma ha 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 ha. Boah. Jetzt nicht schießen lassen. Nicht schießen lassen, Bot. Genau so. Oben mit, jawohl. Wie bitte? Ah, die haben halt schnellere Bots. Okay, freie Stoße. Das ist gut. Ja. Die Gegner haben grundprinzipiell immer schnellere Bots. Die sind dann auch immer schneller als du. Das erlebe ich auch in so einem Manager-Monus. Ich kann die schnellste und geilste Sau sein, aber wenn da ein Verteidiger kommt, der ist immer schneller als ich. Jo, sehr gut. Geiles Ding. Dann brauchst du dich gar nicht im Rasen, Nelson. Das war schon richtig gut. Gut durchgesetzt. War auch gut gehalten, ja. Ja, ja. Ach nee, das war ich glaube ich mit meinen Silberhaaren, ne? Mit meinen Gameface-Bräuner, Alter. Das ist meine Gameface-Bräuner. Ja. Ihr wisst ja, der Bug ist immer noch da. Gegenface-Bräuner lässt grüßen. Jetzt der Konter, da müssen wir aufpassen. Der RX Don Tobi ist ganz schön schnell. Aber zu schnell. Für den Ball. Ja, kannst du weiterspielen? Jetzt ein bisschen präzisisch. Ey, jetzt mal... So? Ja. Rein, komm, versuch, schnell! Gerade. Damit rechnen die aber nicht. Na ja. War gut. Ja. Ich konnte den Ball nicht richtig halten. Sehr schön. Die Butts machen ihre Arbeit echt gut, ey. Ja. Fast. Ach. Oh. Oh! Oh! Quater! Wie ein Schwein, Alter! Danke, Zeraki! Sehr gut auch. Der sieht aus wie ein türkischer Mit zusイent. Kein Langes, liebe Zocker- Hallo. Auch ich hab türkische Mitfreunde. Was? Hochgelobt oder was, Freunde? Nimm unten mit. Schade. Gut. Jei. War ganz gut. War nett gewesen. Und nett anzusehen. Gern. Machen sie echt toll. Bin echt stolz auf meine Bots. Das hab ich mir echt gerechnet, mein Freund. Abseits. Ja, richtig. Sehr schön. Die kriegen uns nicht. Nicht wir. Wir werden sie kriegen. Oh Gott, alle. Spannendes Spiel. Jetzt rein, motherfucker. Schieß mal einfach. Komm, schieß mal einfach. Supergeil. Supergeil, motherfucker. Ja. Binneschön. Dankeschön. Sowas geht halt nur, wenn man richtig gute Teamkollegen hat. Ja. Saugeil. Du wurdest vorübergehend aus dem Spiel genommen, da du einen Spieler nicht steuerst. Ja? Ja, das kommt gleich wieder. Okay. Jetzt der JAU! Was? Ah. Na ja, hab ich auch geduld. Jetzt bin ich wieder drin. Was war das denn? Weiß nicht. Na ja, ist wohl halt so ein bisschen tiefer vor sich zu tun. Wohl ein bisschen verpackt. Auf jeden Fall. Sehr geiles Ding. Jetzt machen wir auf jeden Fall hinten ein bisschen dicht. Was ja natürlich klar ist. Oh, 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 oh. Kommt da jetzt vielleicht sofort der Ausgleich? Nee. Hä, ist ja sowas. Ich bin da vorne im Spiel. Oh, ich bin im Abseitslo. Ach, er ist auch gelaufen. Ich konnte mich nicht bewegen. Sehr schön. Da fand ich leider zu spät. Ich will natürlich aufpassen, dass wir uns hinten nicht da noch ein... War nicht schlecht gewesen. Gott hat mich gut gesehen. Hat nur ein bisschen fehlerhaft zu spät geschossen. Meine Fresser, Mann. Wir sind zu früh gerutscht. Gleich nochmal! Nee, diesmal hast du auch Mann geschossen. Ja, ich bin ausgerutscht. Passt schon, passt schon. Hauptsache wir machen die Zeit runter. Ja. Sauber. Ach, haben wir. So, 78. Minute, wird ein ganz heißes Spiel. Nimm unten mit. Was? Leute, was war das denn? Sieht ein bisschen komisch aus. Jetzt... Bots kommt dran da. Ja, der ist halt schnell. Der ist halt schnell! Der ist halt schnell! Scheiße! Der ist halt zu schnell. Ohhhh! Geil, go, go, weiter, weiter, weiter. Hast auch schön gemacht. Ja. Hat er seinen Pace ausgenutzt. Ich will jetzt nicht verlieren. Das wäre jetzt unverdient. Ohhhh! Nein! Das ist ein schönes Spiel. Ja. Also schönes erstes Spiel auf jeden Fall. Und super spannend. Also könnt ihr euch gewiss noch mal auf... ...geine Krache freuen. Ach, ich bin irgendwo krass im Absetzen. Ah, du bist jetzt so... Ist, ist noch nicht... Ach! Ja, das ist halt noch schwer so, während der Ball noch kommt oder so, ihn auch wirklich realistisch dann anzunehmen. Das hat noch alles so ein bisschen seine... ...nachteile. Wieder der X-Tobi während er kommt. Ja, passt schon. Da versuchen wir jetzt hinten keins mehr zu kassieren. Ich bin jetzt auch total erlieblich. Wer auch. Ja, passt. Gutes Spiel an die Jungs auf jeden Fall. Auf jeden Fall wollte ich auch sagen, kann ich den Wort meines Mitspielers hier nur anschließen. Geiles erstes Spiel. Glückwunsch an Ihren guten Ausgleich. Und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Partie wieder. Hier bei unserem Pro Club Finalspiel. Und hier sehen wir nochmal den Schuss. Ja. Gucken wir mal noch ein bisschen. Wir sollen ja noch ein bisschen links reinbringen. Genau, wir müssen ja die Statistik mal kurz zeigen. Deine Statistik ist hier. Ja, Schüsse 40, meine 100. Okay. So. Weiß nicht. Jetzt kommen wir zu den Daten vom Spiel. Jetzt sind wir raus. Ja, jetzt sind wir automatisch raus. Jetzt sind wir leider automatisch raus. Also, bis zur nächsten Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und Tschüss. Auf rein. Auf rein. Auf rein. Auf rein.